Was ist mit den Ladezeiten bei Dead by Daylight? Klär es mir, warum läuft das nicht? Warum dauert das denn so lange? Das ist doch nicht so aufwendig. Ah. Hallo Leute. Mein Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Auf diesem Ultramar beschissenen Zweitkanal, der da heißt der Router. Ich bin Bios Router, Finkwander von Herod und wir spielen heute Dead by Daylight. Wer hätte es denn noch erwarten können an dem Titel? Wenn ich das so mache, dann wird ein Vorken kommen. Warum geht's? Samara aus dem Brunnen. Was ist denn jetzt los? Ich fühle mich hier gerade ein bisschen im falschen Film. Dead by Daylight. Sandarko. Rising. Der Soundtrack Baller hat aber. Spielen als Killer. Rein da. Muss ich ein bisschen was rausschneiden, aber geht ja. Wieso habe ich nicht so schnell das gefunden? Hm. Mhm. Uuuuh la 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 la. I just died. So, Anfahrt Anfahrt, wir spielen jetzt einfach als Killer, ist auch egal Hab das Spiel jetzt schon dieses Jahr, glaub ich, noch gar nicht gezeugt Ich werd jetzt ein richtiger Noobkiller, ich sag's dir, das werd richtig bescheuert Was ist mit den Ladezeiten bei Dead by Daylight, erklär es mir, warum läuft das nicht Warum dauert das denn so lange, das ist doch nicht so aufwendig, meine Fresse Ah, finally, endlich, wir können nicht spielen, wir, überraschend Sch, 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 sch Sch, sch, hier ist ein Gen Hier ist ein Generator, komm Ich muss hier nicht fallen platzieren Ich muss hier nicht fallen platzieren Hat das jetzt funktioniert oder nicht? Ja, das hat funktioniert, das ist ja geil Ey, aber wie, was muss ich hier, was ist denn hier los? Boah, er schreckt mich nicht, jetzt hab ich mich erschrocken Und ich bin Killer Ah ja, ah ja Ah ja, wo bist du? Komm her Furchtchen Ey, ich, ich bin, ich bin ja übelst ein Noobkiller, ich versteh dieses Spiel nicht Ah, 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 ja, 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 ja Ha, 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 du Noob Du Noob, du Noob, du Noob Ich Noob, Alter Komm, hier ist noch ein Haken Hängen Lalalalalalalala Ey, hier ist keiner, hier ist keiner Wo sind hier Leute? Wo sind hier Leute? Ein bisschen Erfolg muss ich doch mal haben hier in diesem Spiel Hier, 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 hier Ne, hier ist keiner Wo sind hier die ganzen Leute hin? Hier ist auch keiner In meinem Fall ist auch noch keiner reingelatscht Schade Wie unfassbar, wie unfassbar schade Ab dahin Wie sprintet man hier als Killer eigentlich? Ich versteh das Spiel nicht Ja, bei der hinten sind auch welche, deswegen Mach ich jetzt einmal Lucky Lucky hier in diese Richtung Und wie sich vielleicht noch irgendwer im Schrank verbuddelt hat Scheiße Aus hier Hinterher Bin zwar der bei der der Dampfhänger, aber Du kriegst mich nicht beim Buselt Ich krieg das nicht kaputt, oder was? Oh, war ne Sch... War ne Scheiße, wollen mich doch alle verarschen, oder? Egal Egal Löter Feuer, Alter Lenk mich doch nicht ab Ich hab grad irgendwie den Battle Bus hupen hören Ey, die sind hier gleich fertig, ich fass das nicht Ich sollte vielleicht einfach mal anfangen, dass diese Traps die alle zu armen, oder wie das überhaupt geht Ach, ich lauf hier schon zum 50. Mal her und ich find hier einfach niemanden Einmal weg die Scheiße Ja Lalalalalala Du kommst jetzt schon den Haken Komm Ran da Und jetzt können wir ja eigentlich Spawn Tram? Ja, können wir Jetzt werde ich wahrscheinlich irgendwie reportet, weil ich irgendeine Scheiße gemacht habe, die ich nicht verstehe Hab dich gesehen, denk nicht, ich hab dich nicht gesehen Und da Ja Renn noch, renn noch, renn noch, ist mir doch egal Ah, warte, ich scheiße Ach, das ist dummes Spiel, ey Denken sie, sie haben mich abgelenkt, oder was? Denken die das? Denken die das? Ja, sie haben mich abgelenkt Denken die hat mich abgelenkt Perfekt Perfekt Perfektion würde ich jetzt mal so sagen Da sind welche Da sind sie Aber, hallo Hahaha Scheiße Oh, meine Güte, das gibt's doch nicht Sag mal, was bist du für ein Lappen Wer playt hier die Mindgames? Denkt, ihr könnt mich verarschen, oder was? Ich hab die eine Emro noch nicht vom Haken runtergebracht Du bleibst jetzt da sofort stehen, du Das war, das war, die wollen mich verarschen, die wollen mich beim Buseln Ich geh auf die da vorne, da, 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 da Das Tor ist offen Ich glaub das nicht mehr, ich glaub das nicht Ich glaub das nicht Ich brauch den Überblick Wo bin ich? Was mach ich? Wo geh ich hin? Ey, die hat immer noch keiner vom Haken geholt, die Arme Was dazulie machst Ich geh chilled Wir sind jetzt auch hier hier. Es ist noch einer hier. Es ist noch einer hier. Kann ich noch einen Job setzen hier im Ausgang? Weiß es nicht. Komm, wo bist du? Wo bist du? Wo? Ich kann mich doch verarschen, der Typ, oder? Scheiße. Na ja. Machen wir noch eine Runde, oder was? Oder wie, oder wann, oder wie? Euer Runde, neues Glück. Komm, mach wirklich. Ich bin wirklich, ich hab keinen Bock. Searching for my head. Oh, da sind wir schon. Good evening, everyone. Ich frage mich nur so, könnte ich einfach anfangen Valorant zu spielen, oder muss ich dafür wieder meinen PC neu schneiden? Könnte ich Valorant spielen jetzt? Weil, ich glaube, ich hätte noch mal Bock, ein bisschen Valorant auszuprobieren. Ich gucke vor allen Dingen mal, ob irgendwas in meinem Discord abgeht. Also, natürlich in meinem Discord gerne beitreten. Nee, da passt jetzt gar nichts. Test, test, test. Funktioniert das Mikrofon? Test, test, test. Funktioniert das Mikrofon? Ja, perfekt. Ist es jetzt ein bisschen komisch, aber manchmal verschiebt sich, glaube ich, die internal clock von dem Focusrite. Und dann habe ich so ein Knattern im Mikrofon und das ist extrem nervig und das versorgt alles. Und das wollen wir ja nicht, nicht wahr, oder? Wollen wir das? Nee, wir wollen das nicht. Da haben wir ja schon unser Fumbnail. Nicht wahr! Ja, wahrscheinlich mache ich die sowieso im Nachhinein. Ist ja auch egal. Alter. Ich hoffe, ich habe voll gewiss. Ja, ich hoffe. Ist ja auch egal. Wenn ich so auf meinen Monitor gucke, dann habe ich zu viel Gegenlicht von den Softboxen, dann sehe ich meinen Monitor nicht mehr. Ist nicht so gut, wenn man streamen möchte. Ach, haltet ihr, ich freiste. Ich möchte mich nicht selber hören. So, ich brauche meinen Stream Manager nur wieder so. Hört doch die... Jetzt höre ich mich anscheinend selber. Boah, ist ja auch ein Stream Manager. Mir guckt ja sowieso keiner zu. Eieieiei, das war ein Zufall. Bruni, du hast reingeschissen. Komm, aufheben, aufheben. Und ab an den Harleken. Ach komm, haltet ihr die Fresse. Wo ist denn hier ein Harleken? Meine Güte, bis ich einen Haken gefunden habe, ist der schon wieder runter. Das ist jetzt nicht im Ernst. Das ist jetzt nicht im Ernst passiert, oder? Boah, ich bin doch falsch. Bleib jetzt da sofort stehen. Sorry, ich bin inkompetent. Alter. Ich habe den hier rumgetragen, der hat sich losgewiggelt. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Uh, 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 da war jemand, da war jemand, da war jemand. Oh, 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 hallo, nee. Ich habe doch jemanden gesehen, oder? Ich dachte gerade schon, da wird den jemand losmachen. Nicht in meinem Dead by Daylight. So passiert hier nicht. Ach du Scheiße. Ey, wie gut sind die? Sind wir im Keller? Ey, das kann immer sein. Sag mir nicht, dass ich dumm bin. Okay, ihr könnt sagen, dass ich dumm bin. Aber wird sich niemand verstecken, außer ich. Weil ich mal wieder als Survivor spiele. Ey, diese Map ist zu dunkel für mich. Ich sag's dir, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Oh, 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 oh. Haben sie da gerade versucht, um zu entkommen? Halt. Bleiben sie sofort stehen. Recht und Gesetz. Scheiße, wo ist die? Bleib stehen. Nein Die ist einfach weggekommen Die ist einfach entkommen Wo sind die alle Sind gleich schon wieder alle fertig Kommt man eigentlich hier hoch In diesem komischen Konstrukt Ist ja auch egal Da ist ja bestimmt sowieso keiner oder Da kommt man gar nicht hoch Das ist jetzt ein bisschen peinlich Vielleicht Da ist ja eben doch einer Ich warte immer noch auf diesen Triumph Für den Moment wenn ich so einen Schrank aufmache Und da ist jemand drin Oh ne ey Die sind so viel besser als ich Oh mein Gott wie kann das denn sein Ich will doch mal eine Runde gewinnen Okay Gewinne 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 Ey hier ist niemand auf dieser Map Niemand Oh 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 das habe ich schon mal gesehen du Das habe ich gesehen Auf dem bleibt ihr Oh ne Oh der ist so unglaublich lange an solchen Fenster scheißen Oh bleibt auf dem bleibt auf dem bleibt auf dem jetzt ja und schon ist aussagen wieder freigeschaltet ich kann nicht mehr aufnehmen wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir haben es geschafft müssen wir noch die paar letzten leute finden geht das beschützt oder was auch immer ich verstehe ich verstehe dieses spiel nicht so ganz ich verstehe nicht was in diesem spiel passiert ich versuche mich dran zu gewöhnen naja ich hoffe das hat sich jetzt gelohnt vielen dank auf jeden fall fürs zuschauen meine lieben freunde wenn es euch gefallen hat drückt bitte diesen verdammten like button abonniert und redet beim scheißdiskotzin vorbei bis zum nächsten mal